Das ist ja immer genial. Ich pack da ein. Der kotzt jetzt voll ab. Mist, ich muss wieder auftreten. Scheiße, wieder zur Arbeit. Auch schon alle dicht. Das ist Cookie Film da. Er hat ja was von der Stopper, ne? Ja, wie lange denn, wenn er nicht aufsteigt? Da kann ich aber rüber schwenken zu dem leckeren Fahrer. Da ist er. Ja. Nein, groß.